recht herzlich willkommen zur 101. folge von city skylines ja wir sind mit der müllverschiebung letztes mal fertig geworden nein nicht ganz es gibt ja noch einige müllplätze aber wir haben da ein paar wieder verschoben und jetzt sollten wir vielleicht mal durchgucken wie wir hier weiterkommen wir haben positive zahlen beim zuwachs ne doch nicht jetzt gerade oder das ist ja auch glücklich sein oder sowas davon hängt das aber wiederum ab aber wir sind finanziell auf großen gebettel anführungsstrichen wird da auf jeden fall mehr und da ist noch was das ein friedhof den können wir da freigeben ok da müssen wir auch noch drauf achten mit friedhöfen hier seiner voll dann müssen wir die da alle wieder runterlassen aber das dürfte nicht so schwer sein das müsste alles funktionieren wir müssen jetzt mal ein bisschen wieder aufräumen und was wir machen müssen hier fehlt es an commercial und an industriegebieten warte mal wo waren denn jetzt hier da war das welchen ich bin jetzt echt überlegen dass wir da noch aber das ist ja schon alles super hier oder das ist auch einer ja vorstfreund gmbh die forsten auf ja sterling hügel wir müssen gucken dass wir hier herr friedhöfe noch bauen glaube dass wir das erste ziel sein glaube da sind wir schlecht aufgestellt kann das sein obwohl das ist überall welche nach ich brauche da noch einen geht das die kinder war nicht hin und dort hat es geklickt dann kommt auch einer hin da gibt es auch welche die sind da ganz zufrieden mit und dann geht hier hin und dann gibt es da auch zufrieden die paar häuser war noch erreicht mal gucken hier oben da ist noch kein platz wir müssen auf jeden fall was machen da haben wir ziemlich großen bereich hier blinkt auch überall und dann gibt es da noch einen dazu hier ist es auch nötig und da können wir hier wo die mülldeponie war ist einen hin machen und hier hat es keinen sinn da muss irgendwas passieren müssen wir halt was abreißen geht aber nicht irgendwie da will er keinen friedhof hin machen auch schön irgendwie mag er das da nicht hin bauen zack die häuser weg und dann friedhof dahin passt schon da geht es nicht hin da auch nicht da ist einer der ist da leer hier muss noch irgendwo einer hin und das müsste doch hier eigentlich gehen oder guck mal da geht auch einer hin dann kommt da auch einer hin hier fehlt es auch zack hochhäuser weg friedhöfe hin da geht es eigentlich hier ist ein problem aber da können wir hier einen hinsetzen oder auch schlecht dann können wir den auch da hinsetzen neben dem park wir erreichen mal auf jeden fall das vor der straße und teils auch hinter der straße also alles gut na da geht kein friedhof hin schade ja da könnte man was hin aber momentan noch nicht wenn das andere da weg ist dann wird das gehen gut schalten wir aus und gucken uns dann das an da geht nämlich wieder was dann haben wir da auch wieder einen friedhof der besser verdienbar ist was haben die denn hier für ein problem da fehlen gebildete arbeiter hat er auch sieht alles gut aus hier fehlt es auch noch ein friedhof aber da müsste doch da einer hingehen warte mal so zack passt hier ist alles ok hab ich nicht eben irgendwo noch einen gesehen da können weiter wieder beerdigt werden sieht alles ganz gut aus stehen schon wieder einige häuser leer und die zahl der dingens geht auch runter gut ah ja den haben wir neu gebaut ah hier unten ist noch einer den machen wir auch leerstand ist riesengroß da müssen wir jetzt glaube ich ein paar häuser abreißen damit nicht so viele abhauen und da oben ist auch noch alles drin oh eins mehr erwischt schade glücklich werden sie gerade nicht ne naja war wohl das große da ist nicht zwischen eins kriminalitätsrate wächst hier gerade auch wohl mhm hier hinten ist nichts mit abweilen dort da fast ok wackelt kein häuschen mehr so besser kommen auch schon wieder einwohner so läuft da ist alles ok da war noch irgendwo eins da werden weniger hier waren wir schon durch ne aber hier sind noch ganz viele ok die haben sich tierisch gefreut dass ich ein richtiges haus abgerissen habe wahrscheinlich das waren die bösen nachbarn da sind noch zwei gut andere seite mal gucken darum gibt es wieder ein müllproblem obwohl das müllproblem glaube ich eingedämmter ist aber hier fehlt das wasser so wasser ist gut das weg da oben sind auch noch zwei naja da ist auch noch eins mit ab vor allem auch ein kleines problem da so gebildete arbeiter fähre ok alles gut hier da noch das weg das weg und das weg so hier sind noch einige hier weiß man auch alle ab die gehen auch weg die kommen auch weg da noch was das weg das weg das weg das weg das weg das weg das sind auch ein paar shit habe ich eine falsche erwischt da und hier unten liegt noch eins so dann haben wir schon ziemlich gut durchstöbert hier so was macht unsere andere seite noch einmal gucken ah da ist auch was frei mehrere sogar die verschoben kriegen aber wohin doch das geht passt können wir laufen lassen kann weg tja das kann auch verschoben werden aber wohin da geht noch was machen wir da hin ok und freigeben und das kann auch verschoben werden und ich sehe gerade wir haben hier oben noch was gebaut ne schieben wir da hin freigeben und der kann auf der anderen seite so nein blödsinn freigeben läuft verschieben da brauchen wir eigentlich ja oder doch hm müssen wir gucken dass wir eine straße da hinkriegen wenn nach das waren runter wir wollen aber nicht runter wir wollen hoch da klappt was nicht so das bedeutet das reißen wir gerade wieder weg und versuchen noch mal sowas hinzukriegen ne das funktioniert auch nicht also auch noch mal das stück brücke weg straße hin so hat es geklappt jetzt kann der müllwagen da rüber fahren zweite spur so und straßenwerkzeug aus und den können wir dann getrost anmachen hier ist noch einer den verschieben wir nach hier hinten hin ich glaube das passt dann schon öffnen fertig so da ist einer schon wieder voll aber halb so wild die müssen sich lernen und da sind auch welche die sich lernen müssen dann denke ich gut läuft aber erstmal ok dann würde ich aber auch sagen soll es für die folge wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss das noch war die